Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Crysis 3 Multiplayer. Jo, ich spiele immer wieder mit meinem Dual-Set auf Skyline mit, ähm, Crash-Site. Also, Absturzstelle auf Deutsch. Und, ähm, ja, Adrien ist natürlich auch wie immer dabei. Jo, du spielst viel zu schnell. Ich bin tot. Ich mach grad die Schottie. Mein Wurzler hab ich schließlich zwei Waffen nicht, wa? Weiß ich nicht. Ach so, Absturzstelle ist da nicht ein Deathmatch. Nicht. Würde er mal sterben. Boah, voll laggy. Tschub 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 Bum. Weiß nicht, ich mach zwei Schüsse. Springe dann hoch und auf einmal schießt von hinten... Nein, mit einer Grindle auf mich und dann hat man ja immer so'n extrem seltsam Tod. Äh, war hier grad nicht noch Adep? Sie haben unser Radar gehackt, aufpassen! Sie haben unser Radar gehackt! Schon wieder in der Luft gekillt. Ich finde das immer zu witzig, ey. Ach, in Erster. Ey, das hört nicht nach. Für immer, wenn ich ins Visier reinzoome und anfange zu schießen, habe ich einen kurzen Lag. Ich komme hier gerade nicht hoch. Ich verschwinde. Das ist mir der Gegner, der ist tot. Was ist das? Ne, war ein Kill. Ich habe gerade schon ein Kill assist, der Fug. Ach, Gauss, Mr. Gaussi Gauss. Ich schieße einfach random in die Gegend. Also ich finde, das sah nicht so wirklich geaimt aus. Boah, der schießt mit einem Gaussgewehr um dieser Spacken. Sache ja. Ohrfeigen wird verstört. Was ist denn der Typ hier? Ah, da. Cool, das ist jetzt auch erfahren, ja. Was ist das? FY71M. Die Waffe ist nicht nett. Die Gegner gehen ja voll auf den Sack. Aha. Dazu läuft das Spiel nicht so richtig genug. Das ist Bullshit. Hä? Seit wann gibt es 53 für Einsatz? Egal. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. So, vielleicht läuft der für ein Blut. So, noch einen weggeholt hier. Sehr schön. LOL. Wieso musst du denn immer noch nachladen? Marcel, wir haben einen Scheiß vor dem Ding. Ach ja? Ja. Deswegen lag das so sülsamm. Oh Gott. 150, einer hat 227. Alien Kapsel am Boden. Still. Es fiel mir ja gerade auf, als... Weil nämlich auf einmal... Ich fange an zu schießen und der macht irgendwie erst ein paar Sekunden später. Ah, cool. Na, ich mein, wir haben ja den Sieg in der Tasche. Der Feind hat ein Helienkampfschiff in unseren Sektor umgeleitet. Also wenn wir uns jetzt nicht extrem dämlich anschwärmen hiermit. Ey. So richtig. Haben wir gewonnen, sagst du? Ja. Ist das ein Zett drin? Oh fuck, das ist nach oben. Der Feind hat die Aufsturzstelle gesichert. Ich finde, man jumpt viel zu sehr in Crysis. Es ist immer nur jump, jump, jump und der Gegner, der zuerst... Also derjenige, der zuerst verwirrt ist, der hat verloren. Ja, kann sein. Ah. Einfach unten auf das rote Teil schießen. Bam. Kampfschiff zerstört. Ohne Spaß, ich bin gerade so müde, spielt einfach viel zu schnell. Ich komme gar nicht hinterher. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber irgendwie krieg ich doch was auf die Reihe. Ja. Wir haben sie. Yay. Und jetzt explodiert sie schon wieder. Achtung, neue Alien-Kapfel. Jetzt seht ihr mich. Also hätte ich den jetzt nicht gekillt, dann hätte ich auch irgendwie einen Besen gefressen oder so. Der Typ, der mich gerade weggehauen hat, stand erstmal oben so. Guckt. Guckt. Töten. Erst titten. Erst titten. Töten, nicht titten. Achso. Schade. Doch, schade. Schade. Und jetzt. Auf den Ausgang. Wieder knapp runter. Fickt euch von hinten. Von vorne über die Metergegen. Boah, wo ist er denn jetzt? LOL LOL, 28er Kills ist es nur. Ah, schade. Ich dachte, der Gegner geht schon mal weiter. Dies war auch meiner. Ist das ein Gegner, der jetzt tot ist? Nein, nicht X. Dieses X-Menü, ne? Das ist so unnötig im Multiplayer. Ich habe 8 zu 10. Okay. Mann, hier kommt viel zu viele Typen, die immer wieder von hinten ran, die einfach nicht drauf haben. Wo ist der andere Typ hin? Alter. Nein. Der Feind schickt ein Alien. Schon wieder der Typ mit seiner Heavy FY7M. Oh, Mann. Wie viele Headshots überlebt der? Ich habe ihn gerade nur auf seinen Kopf gezielt und er ist nicht gestorben. Alter, der Zepp geht mir so auf ihn. Wir haben die Abstufstelle abgeregelt. Ist doch nur ein Schild. Ja, aber warum hält der sich überhaupt so lange am Hacker? Ist aber schon fast da, Mann. Oh, der hat von einem fucking Hacker getötet. Wie der ist denn? Ich will nicht verschwinden. Oh ja, ich weiß, dass es ein Hacker soll, der mich getötet hat. Was von den beiden willst du das wissen? Ja, weiß ich nicht. Oh ja, ich weiß, weil er mich nicht sehen konnte. Also auf die Distanz zumindest nicht. Wir haben die Abstufstelle erobert. Und direkt auf meinen Kopf drauf war. Mhm. Getötet hat er mich mit einer Waffe von so ein paar Kugeln. Oh, Mann. Der Feind schickt ein Alienkampf für die Kugel. Alter, schon wieder? Und ich war da oben. Ja, sie haben die Abstufstelle. Der ist eigentlich so extrem von den Entwicklern gekippt, dass er da so ein Schiff reingesetzt. Keine Ahnung. Wir haben Zugriff auf feindliche Koordinaten. Leinchen, wir haben Zugriff auf feindliche Koordinaten. Alter, dieses SEF-Schiff, ja. Erweitertes Radar ist immer noch verfügbar. Ich meine, das Schiff denkt sich auch nur so, bang, rang. Oh, still. Cool, man kann das SEF-Schiff nicht angreifen. Ist ja mal richtig super duper. Oh Gott. Ach, dieses verfickte Schiff, ey. Mann, nur ein Orbital, alter. Weißt du, da ist ein Orbital-Schlag, da ist ein SEF-Schiff und dann kommt noch einer mit einem schweren MG von vorne. Absturzstelle gesichert. Mein Orbital ist gleich los, töte was. Ja, kack der Mann, wenn ich die habe, macht nicht das. Mach nichts. Ich hab gerade erst mal ein Double Stump gemacht. Die Kapsel explodiert gleich. Zurück. Du bist so, acht Sekunden noch, dann haben wir gewonnen. Eine Waffe war leer. Das finde ich nicht okay. Aber es ist nicht gut. Joa, war doch eigentlich eine gute Runde von unserem Team. Joa. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.